Wir machen den Tag, dass die Schüttelung und, 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 die Marken, die Marken haben und woher hergerichtet wird. Da hängt einiges dran, was man so bürger gar nicht sieht. Und das ist eine Menge Arbeit und dass die Gemeinde zu dieser Sache steht, ist super. Das wollen wir uns. Selbst du stehst ja auch zur Sache. Das ist eine tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Dankeschön. Die meisten von Ihnen in der Rolle haben es natürlich gemerkt, dass Sie hergelaufen sind. Sie brauchen nicht mehr durch Pfützen stärken oder über Schotterpoltern. Der ganze Platz ist gepflastert worden hier inzwischen. Und das hat der Reiterverein veranlassen mit der Spitze. Lenard Cornelius, wo ist er? Gesehen, habe ich ihn da vorne an der Bierbude, wo er hingehört, ist ja auch richtig. Ja, Lenard, da hast du eine ganz persönliche Leistung vollbracht hier. Das Gute ist, und das hast du ja auch herausgestrichen, und das hat Herr Brückmann auch gerne mitgenommen, ohne die Kommune zu belasten, ohne den Verein unnötig zu belasten, sondern mit öffentlichen Fördergeldern das alles hingestellt. Das ist eine tolle Leistung gewesen und sicher ein hartes Stück Arbeit, das zu organisieren. Dafür müssen wir auch von unserer Seite Danke sagen. Wir können dieses Gelände ja dankenswerterweise nutzen. Und diese Sache kommt uns natürlich sehr entgegen. Herzlichen Dank also auch dem Reiterverein. Applaus 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 Applaus